und damit ganz herzlich willkommen zu diesem kleinen stream info video und zwar möchte ich gerne die stream saison von mir wieder einleiten am 9 11 ab 20 uhr findet ein endless stream statt das heißt ich spiele so lang bis ich irgendwie müde bin oder ich tot umfall oder ein tot umfall hofft man natürlich nicht aber irgendwie so kaputt bin dass es einfach nicht mehr geht das heißt mein ziel ist auf jeden fall die 38 halb stunden vom letzten endless stream die möchte ich auf jeden fall packen aber wir werden sehen wenn es nicht so weit kommt dann kommt nicht so weit also wie gesagt nächsten freitag der 9 11 ab 20 uhr abends möchte ich den stream mit euch gemeinsam vollbringen kurz zur info alles was irgendwie an donations oder subscribes reinkommt das ganze geld wird dann eine soziale hilfstelle gesendet bzw donated das heißt das was ihr sozusagen mir in diesem stream bereitet das wird eins zu eins an die weitergegeben das ganze projekt ist hier bei mir im umkreis und ich möchte nicht jetzt irgendwas deutschlandweit sondern ich möchte gerne hier lokal bei mir etwas dafür tun und ich finde dass es ein guter zweck ist und wenn es irgendein unrunder betrag ist was für sich ich weiß nicht was reinkommt sagt mir mal 78 euro oder 58 euro dann runde ich es noch auf 100 auf und dann haben wir alles wunderbar gemacht ich hoffe ihr seid mit mir in diesem endless schrägstrich charity stream dabei und ich würde mich freuen wenn wir uns in dem stream oder in einem nächsten video wieder sehen macht's gut bis dahin ciao